Was habe ich jetzt falsch gemacht? Nur so eine Zwischenfrage. Josh Bernstein, Realty. Ich höre, das Haus auf Eclipse ist jetzt heiß. Excellent. Lass mich über meine besseren Hälfte sprechen und wir kommen zurück zu dir. Bestanden. Grundbesitzlos. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir dann da auf dieser schönen Karte noch? Randale hätten wir da. Da hätten wir noch The Last Minute Man, glaube ich. Minute Man ist das. Hm, was machen wir denn jetzt? Okay. 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 Was haben wir jetzt so! Nein, ich habe jetzt keinen tearonicsgrund. Können wir vielleicht irgendwas machen? Mit ihm können wir vielleicht was machen. Hmm... Ey, Mike! Das ist Franklin, ich stehe den Architekt. Alles klar. Keine Ahnung. Alles klar. Das ist Auto! Hey, dumm! Du kannst hier nicht ohne eine Haute sein! Ja, vielen Dank. Entschuldigung! Entschuldigung! Architekt auf der Seite! Ah, wir müssen wieder gehen in eine Runde gehen! Was ist das? Hol dir die Pläne. Verlass die Baustelle. Okay. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Nur so eine Zwischenfrage. So, die Sternen funkeln eigentlich. Normalerweise dürften sie mich da drinnen nicht finden. Nee, normalerweise. Aber was ist denn in der heutigen Zeit schon normal? Ne, das ist die Frage, meine Freunde. Moment kurz. Puh, ich hoffe, die Sterne vergehen bald. Oh, jawohl. Ich bin ein ganz normaler Bauarbeiter. Oh mein Gott. Urgeil. Urgeil wirklich. Ich habe nicht einmal von der Baustelle verschwinden müssen. Ja, nicht auffällig. Jetzt gehen oder irgendwas machen. Nicht auffällig sein, habe ich gesagt. Tschüss. Wiederschauen. Wir gehen jetzt zur Textilfabrik. Jawohl, machen wir. Hey, keine Polizistin da, ne? Nein. Super, toll gemacht. Haben wir gut gemacht. Okay, anscheinend hätten wir die Pläne entweder ihm im obersten Stockwerk geklaut oder irgendwas. Oder, ja, so auf die Art und Weise, wie wir sie jetzt gemacht haben. Aber wie er gesagt hat, er hat eine Waffe in der Hand und er will mich rumbringen. Das war ein bisschen übertrieben, weil ich habe nicht einmal eine Waffe gezogen gehabt. Ja, also, keine Ahnung. Das haben sie mir so überdramatisiert, glaube ich. Oh, mein Auto steht wieder da. Ist gut. Gucken wir mal, was ich da habe. Schönes Plänchen. Oh, mein Auto steht. Ja, ich bin. Hier ist das, was ich denke. Wir haben zwei Optionen. Das neue Software-Systeme geht in den Containment Mode, in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. So, wir können wir ein paar Feuerbomben. Sie gehen, BANG! Die emergency-Kall geht, wir hijacken, wir kommen als Feuermann, und dann haben wir den Containment Drive, oder wir können hacken das System aufsite. Wir gehen in bei, uh, bei Air. Ich hoffe, wir nicht zu viel Physikal-Resistanz. Ja, das ist gut. Meine, meine, moe. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. What about the other way? With the, uh, ninja skills? Now, you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now, you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now, you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the, uh, shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. The Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission. And the crew will be paid out of that. We keep the change. So, what's it gonna be? So, you do want to mop, okay? Well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as firemen. Everything goes to plan. They won't fire a single bullet. But you will be running into a burning high rise with them, so consider that. Ah, my lucky charm from the jewelry store. Well, it should be okay. He's got a few scores left in him. Okay. That all looks good to you. You are robbing the FIB here. Eh, what? Tjo, would i mal sagen, warte mal kurz. Da is die Bombe. Stockwerk. Okay. Tjo, would i bestätigen. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. All right, shit, hit me. You know, I'm still looking into that union depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you-know-who. Yeah, well, as long as he can't do it without us. Okay. Hm. Bestanden die Pläne des Architekten. Für diese Planung ist ein Fluchtfahrzeug erforderlich. Ja, dann... Nehmen wir eines, oder? Würde ich mal sagen. Nehmen wir das hier, oder? Eignet sich das, das Fluchtfahrzeug? Michael, ich bin sehr froh, dass wir zusammen sind und es läuft. Michael... Warte mal... E-Mails... Michael, ich bin sehr froh, dass wir jetzt so wieder zusammen sind und es läuft nach allem, was wir durchgemacht haben. Konnte ich meine Familie nicht einfach aufgeben? Ja, du bist unausstehlich und du wirst dich nie ändern. Aber ich schätze, wenn die Zeit gekommen ist, will ich dich als deine Frau beerdigen. Hör bitte auf, mich zu betrügen. Hör auf, mit diesen Leuten rumzuhängen und hör auf, dich in diese Schwierigkeiten zu bringen, in die du dich immer bringst. Sei einfach wieder das fette, deprimierte Schwein in Therapie, das ich so liebe. Okay, mach das Beste aus dir, das sagen Sie bei Listening. Also los, oder mach irgendwas Positives, sei ein Vorbild für die Kinder, ein besseres Vorbild. Hör zu, ich glaube, wir müssen dringend das Haus renovieren, nichts Kostspieliges, eine einfache Entkernung. Das dürfte unsere Beziehung gut tun, entweder das oder kauf ein Haus am Strand. Ich glaube, das Meer würde sehr beruhigend auf dich wirken. XOX, Amanda. Tja, Amanda, wenn du wüsstest, was ich gerade mache, du würdest dich, glaube ich, anspäben. So, da ist wieder der Solomon. Ja, das Haus könnte ich kaufen am Meer. Weiß ich nicht, soll ich's kaufen. Am Meer. Smoke on the water. Smoke on the water. Smoke on the water, yeah baby. Smoke on the water.